Wunderschöne guten Abend, werte von den Expertenrunden, wir machen eine wundervolle neue Expertenrunde dieses Mal mit dem Thema Scheiß heiße Level, weil es ist gerade scheiß warm draußen, ich meine bei dir scheint nicht mal wirklich die Sonne Es ist so schwül und es ist bewölkt und ich hasse es und Leute, und wenn ich das Video hochlade, wird es wieder kühler sein und Leute werden sagen Oh, ich weiß gar nicht, was du dich so anstößt, es ist doch gar nicht so warm Du Klugscheißer Ja, Klugscheißer, halt die Fresse, gib Das ist kein Livestream, wie auch immer Scheiß heiße Level, ich glaube, ich fange einfach mal an Tu das Okay, nachdem ich beim letzten Mal schon nichts erzählen konnte über OPs, es tut mir leid Aber dafür habe ich ein paar gute, ooooh, von mir gegeben Das war eine interessante Expertenrunde Okay, ähm, scheiß heiße Level, hier geht es übrigens nicht um welche, die erfrischen, sondern welche, die scheiß heiß sind Und vielleicht ein bisschen cool Und ich dachte mir, Final Fantasy 12, da gibt es so eine Wüste oder ich glaube irgendwas mit Steppe heißt die Mir ist der Name entfallen, auf jeden Fall gibt es auch irgendwie so Urinwohner und komische schwarze Türme, von denen man irgendwelche Steine sammeln kann Und das ist jetzt wirklich interessant, der Gegend stellt sich die Frage, warum ist es interessant? Zum einen, du läufst da rum und du hast da ein bisschen das wilde Leben Es gibt kleine Wollknöllviecher, die neutral sind, die kannst du aber angreifen und dann für die ein bisschen Zeug farmen Dann, wenn du ganz viel Pech hast, triffst du auf die Zweibeinigen Wehrwölfe, welche dich umbringen werden, weil sie unglaublich stark sind Und egal wo man hinschaut, es ist, die Sonne, sie scheint so stark Und die ganzen Pflanzen sind ausgetrocknet und alles ist kurz vorm Sterben, weil es einfach viel zu warm ist Und ich habe, ich erinnere mich auch noch, als ich das gespielt habe, das war, da war es auch Sommer Das heißt, da war es auch scheiß warm, deswegen war das sehr passend für mich Allerdings hat im späteren Verlauf des Spiels dieses Level auch einen ganz gewissen Vorteil Nämlich, hat es den Vorteil, dass dann irgendwann die Regenzeit einsetzt Das heißt, wenn man dann irgendwann ans Level geht, dann ist das keine Wüste mehr Das ist ein fucking Sumpf Ich weiß auch nicht, ob das besser ist Ich wollte gerade sagen, willst du danach einen Sumpf? Es war mir sowas tropisches, tropisch bisschen sumpfig Was meinst du, wie schwül es da ist? Es hat geregnet Ja Aber jetzt musst du sagen, fuck, das ist bestimmt scheiß schwül Aber es geht auch um eklig warme Level, insofern ist das, denke ich, ganz eingebracht Zum einen hast du eine staubtrockene Hitze, die dich einfach braten wird Und zum anderen hast du eine scheiß schwüle Hitze, welche dich einfach dampfgaren wird Schöne Final Fantasy XII Nicht kochen, dünsten Kennt ihr das? Nee Nein So, okay, alles klar, dann seht was Das war mein Level Ich mag Final Fantasy XII Und alter, Leute, habt ihr den Trailer gesehen? Ich möchte es jetzt kurz in den Raum werfen Es gab einen Trailer zu dem Remaster von Final Fantasy XII Oh, das wird der Shit Oh, das wird dermaßen auf Spearer's Inn landen Ich freu mich sehr Darf ich, darf ich, darf ich Du darfst, kleiner Chris Dankeschön Wohin ich gerade auch bei Spearer's Inn sind Ich habe heute den Team mit auf Evermore-Part aufgenommen, ne? Für Spear's Inn Und da bin ich durch die Wüste gelaufen Und habe gesagt, Alter, genauso fühle ich mich gerade Fun Fact Das war eine gute Geschichte Fand ich auch Ich konnte sie jetzt nicht für mich behalten So gut fand ich sie Ich bin froh, dass du sie mit uns geteilt hast Danke Ja, bitte, mach ich immer gerne So, mein Level Wie immer nehme ich natürlich etwas aus Banjo-Kazooie Wenn Banjo-Kazooie ist so ein schönes Spiel Das ist da einfach auf den Gede Das ist eher N64 Hä? Wie immer nimmst du ein N64-Spiel Ja Nein, nimm diesmal die Xbox 360-Version Das ist mir egal Die könnt ihr euch aussuchen Welche Version ihr haben wollt Auf jeden Fall Aber da gibt es einfach für jede Lebenslage Das passende Level Das stimmt Und in diesem Fall Ist es einfach Gobi's Valley Denn Gobi's Valley Ist eine Wüste Punkt Im Grunde gibt es da gar nicht mehr viel zu sagen Der Sand ist da stellenweise so heiß Dass man nicht drauf laufen darf Wie im echten Leben Da fühle ich mich natürlich gleich auch An alte Strandzeiten Zurückversetzt Wo man sich dachte Fuck, warum sind wir am Strand? Das ist zum Kotzen Und Pyramiden Pyramiden Nichts steht mehr für Hitze Als eine Pyramide, finde ich Oder? Ja, absolut Irgendwie? Irgendwie weiß ich nicht Es gibt zu dem Level gar nicht so viel zu sagen, leider Es ist ein relativ standardmäßiges Banjo-Kazooie-Level Einfach In der Hitze Aber Bevor man rausgeht Kann man sich nochmal abkühlen An einer Oase Das ist natürlich Oh shit Das ist ein geiles Feeling Es gibt da nicht nur eine Oase, Wollo Hä? Es gibt da nicht nur eine Oase Zum Beispiel bei der Einzelmame hier außenrum Da wird das Teil dann auch mit Wasser aufgefüllt Was auch sehr angenehm ist Oh Dann brüht es da auch Und dann Och Ja, das ist so richtig klares Wasser Weißt du, was an dem Level Bullshit ist? Egal bei welcher Temperatur Durch den komischen Ringkaktus zu fliegen Und die Honigwabel zu erwischen Ja Das ist richtig etlich Das liegt mir nicht Ich weiß nicht Vielleicht liegt es an mir Aber das bekomme ich nicht hin Ich glaube, da bin ich in meinem Let's Play fast gestorben daran Ich denke, das Problem hat Ja Das wäre auf jeden Fall so mein sommerlichstes Level Das mir so spontan einfällt Rikirido Es geht ja nicht nur um sommerlichste Level Sondern es geht ja auch um heiße Level Es geht um heiße Level Es geht um heiße Level Da habe ich natürlich die perfekte Mischung gefunden Und zwar Super Mario Galaxy 2 Die heißt Kaltgalaxie Äh Das ist ja auch Das ist ja so Das ist ein richtig, richtig schönes Level So lässt sich wunderschön spielen Und Es ist das mit dem riesigen Bowser Schneemann Nein, die Heiß-Kalt-Galaxie Oder war die Das war dann Galaxy 1 Das war Galaxy 1, ne? Entschuldigung Entschuldigung Die ist scheiße Die war super Ich denke gerade an die eine Galaxy aus Galaxy 2 mit dem Bowser Schneemann Ich denke mir auch der schöne Bowser Schneemann Es gab aber auch eine Es ist heiß und kalt, das stimmt schon Es gab doch auch in Galaxy 2 eine, oder nicht, ne? Oder vertue ich mich da nicht? Ich kenne nur die aus Teil 1, jetzt höre ich nicht mehr wie die Ich kenne beide Also ich habe zu beiden ein Bild Okay Doch und in Teil 2, da gibt es eine Wo man auch Teil 2, da ist so ein Wo man so ein Bowser Schneemann mit dem Feuerball kaputt macht Ja genau Stimmt, 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 stimmt Stimmt, aber auch Lava Genau, genau, genau Und das Level meinte ich Genau, genau Du hast recht Stimmt, weil das hatte ich mit Louis Ja doch, doch, doch Das meine ich Ähm Das ist ein richtig schönes Level Du hast halt diesen Du hast halt diesen ganz, ganz starken Kontrast Du denkst im Lava-Level Alter, wie hier raus Und in verschiedenen Leveln denkst du Alter, wie hier bleiben Das ist einfach der Wahnsinn Das ist ein richtig schönes, spielbares Level Und Du kriegst richtig Hitzewallungen bei dem Spiel Nein Doch Also wenn ich es jetzt spielen würde, ja Ja Aber das hätte ich hoffentlich mit dem Level zu tun Ich hatte bei allen Ich habe selbst Hitzewallungen Okay, pass auf Leckt mich Es ist ein scheiß heißes Level Weil es immer einen fucking Vulkan spielt Oder es ist ein kaltes Level Was nochmal der guten Kontrast dazu ist Leckt mich, es ist ein gutes Level Ist es auch Ey, ein besseres Pass auf Und zwar aus Rame 2 Die Zuflucht von Feuer und Lava oder so Ich habe keine Ahnung Da wo man die zweite Maske herbekommt Das ist ein Level Da muss man erstmal Eine gewisse Anzahl an Ich meine Loops gefunden haben Um überhaupt rein zu kommen Denn da findet man Die zweite der vier Masken Die man braucht Um das Spiel durchzuspielen Das ist ein ziemlich wichtiger Ort Auf jeden Fall Geht man da rein Und erstmal Jetzt neben dem Weg Den man geht Da ist schon anfangs Immer so ein bisschen Lava Was relativ nervig ist Weil wenn man die Brüte Ist man sofort tot Aber In Rame 2 Gibt es noch eine gute Taktik dagegen Nämlich Kannst du eine Pflaume nehmen Dann schießt du dann drauf Dann fällt die Lava Dann springst du auf die Pflaume Und dann surfst du Auf der Pflaume Über die Lava Du bist auch so eine Pflaume Weißt du das? Du bist eine Pflaume Du bist zurück Okay Entschuldigung Das ist unglaublich Ich weiß nicht warum ich es mag Aber das ist ja shit So Das ist natürlich nur der Anfang Das ist die eine Lava Aber später Wenn man weiter ist Dann geht das mit den ganzen Pflaumen surfen Dann wird natürlich noch ein bisschen extremer Irgendwann muss dann auch so Da geht es dann Nicht nur so geradeaus Sondern so ein bisschen Den Hang runter Das heißt Da musst du ein bisschen aufpassen Beim Pflaumen surfen Denn Die normale Lava Die ist schon relativ heiß Am Ende hat man noch einen Bosskampf Der Oh der ist auch super Ist nicht wirklich ein Bosskampf Ist eigentlich so eine Steinstatue Die Sorgt man halt dafür Dass sie irgendwie wieder Zum Leben erweckt wird Dann hüpft man auf ihren Kopf Und dann läuft sie Durch so einen Gang mit Lava Und man sieht Je weiter sie läuft Desto weiter versinkt sie Und am Ende ist sie ganz weg Verschwunden in Lava Von Gestein zu Gestein Und man hat die Maske dann Die man haben will Und das ist ziemlich super Zuflucht von Später gibt es dann aber auch noch Eine andere Zuflucht Wo man fliegen kann Die hat aber jetzt nichts Die hat aber jetzt nichts Mit den Heißkampf zu tun Die ist aber auch nur aus Lava Und da feuert sogar der Bossgegner Feuer ab und so Der ist ziemlich heiß Sag ich dir Ich hab auch noch was Wo ich mir denke Wenn ich da jetzt hin müsste Dann würde ich schwitzen Und zwar Zelda Skyward Sword Kein N64 Spiel Halten wir das alle fest Zelda Skyward Sword Zweiter Tempel Zweiter Tempel Zweiter Tempel Ach die Wüste ne Nein das ist der dritte Der zweite Tempel ist Du gehst in einen Vulkan rein Jetzt stellt euch mal vor Ihr macht ne Tür auf Zu einem Vulkan Und ihr sollt da die Treppe runter gehen Weißt du was dir da schon Für ne Hitze entgegenkommt Überlegt euch das mal Allein dann doch weiter zu laufen Ich kann es mir gut vorstellen Das ist das gleiche was dir entgegenkommt Wenn du die Autotür aufmachst Und dich dann da reinsetzt Ja genau Diese scheiß heiße Alte Abgestandene Luft Und das stellt euch jetzt vor Aber ohne Hoffnung Ohne Hoffnung Einen Windstoß abzubekommen Dito Du gehst da rein Den bekommst du im Auto auch noch nicht Ist auf jeden Fall Ist auf jeden Fall ein cooles Level Weil du bist halt im Inneren des Vulkans Ne Ähnlich wie in Rayman 2 Surfst du auch Kannst du auf der Flombe surfen So ähnlich Vielleicht sollte ich Skyward Sword nochmal So ähnlich ist es Da gibt es so einen Ball Auf dem man rum Tencelt Kein Skyward Sword für mich Aber den darfst du sogar mit dem Nunchuck spielen Also einfach mit dem Stick Ach stimmt Alter Verrückt oder Dass man das darf Stimmt Ich erinnere mich gerade an das Level Stimmt Und der Boss Der Boss ist am Schluss nochmal ein Stein Der auch Lava drin hat Was meinst du was der auch noch für eine Hitze abstrahlt Das ist der Wahnsinn Bei allen Dingen wo ich das Wo ich das gerade so vor mir denke Läuft mir die Suppe einfach nur runter Weil ich mir denke Das muss so scheiße ekelhaft sein Und Abkühlung da drin Null Und somit wahrscheinlich das ekligste Level Der Welt War Hitze Gut und zu guter Letzt Riki Da wir gerade alle über Vulkane gesprochen haben Spielt mein letztes Level auch im Vulkan Und zwar Der erste Dungeon Also der Willst du mich verarschen? Du hast den für dieses Thema Ich möchte kurz Pssst Fall mal in den Mund Riki Du hast ja für dieses Thema Sunshine gesichert Jetzt kommst du mit so einer Scheiße Wieso? Er hat auch eben anderes genommen als Banjo Ich hab doch Banjo auch schon genommen Er hat Banjo genommen Ich hab Sunshine nicht genommen Weil du gesagt hast Du willst es Und jetzt bringst du es nicht Ich Weil ich Weil ich Bring jetzt ein Sunshine Level Ich wollte mich Das Spiel heißt Sunshine Das hat es im Titel Ja aber ich wollte ein anderes nehmen Weil Sunshine Ja wir wissen was du wolltest Windbreaker Erster Tempel Haben wir verstanden? Ja Ernsthaft ist das gleich was Wollow gesagt hat Bring jetzt Sunshine Okay 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 Das letzte Level von Super Mario Sunshine Ähm Na Dann bist du nur 5 Minuten auf Lava unterwegs Nein Also das ist das wirklich Das ist das wirklich Das heißeste Level Wo ich auch wirklich sagen kann Das ist ein Level Wo es mir richtig eklig wird Ist ähm Gerade in der ersten Mission Wenn du oben Auf den Wie heißt das Auf den Shinesprite Turm Rauf gehst Echt? Das findest du so heiß? Das find ich eklig Weil du Du kommst da an Denkst dir Och Schöne Level bisher Überall war ein bisschen Wasser Überall schön ein bisschen Strandfeeling Das ist noch okay Dann kommst du da hin Und alles ist voll Lava Du musst Hunde Die brennen Irgendwo in Wasser schmeißen Wenn du diese Hunde anfasst Stell dir mal vor Du fest einen brennenden Hund Hast du mal einen brennenden Hund angefasst? Nein Ja Achso Okay Dann weißt du ja Wie sich das anfühlt War nicht gut Nee Dann weißt du ja Wie sich das anfühlt Deswegen Du musst ja brennende Hunde In Wasser reinschmeißen Wo du denkst Oh lass mich doch lieber In das Wasser reinspringen Und Das ist einfach richtig eklig Und vor allem auch Ein späterer Level Wo alles voll Feuer ist Und kannst noch nicht mal mehr Ein Wasserspritzer Um da irgendwie was wegzumachen Sondern alles ist einfach Nur voll Lava Und Das ist ein richtig Heißes Schlechtes Warmes Ekliges Level Weißt du was Ich glaube Ist auch das ekligste Und heißeste Level Aus Sunshine Der fucking Freizeitpark Ich wollte gerade was sagen dazu Und zwar kann man den auch Als Real Life Gegenstück nehmen Stell dir vor An so einem beschissen Heißen Tag In den Heidepark zu gehen Ja genau Deswegen der Heidepark Das kennt man Das kennt man Das kann halt echt Wenn man so lange in der Sonne warst Dass du bei der Fahrt Daraus dann anfängst Zu kotzen Weil es einfach Zu viel Sonne für dich war Du denkst dir so Oh Mann Ich bin mit zwei Achterbahnen gefahren Und den Rest der Zeit Stand nicht in der Schlange Das war's wert Fun Fact Als ich im Heidepark war Hat es vorher geregnet Ich habe mir ein Pullover angezogen Als ich da war War die Hitze des Todes So ein Pullover halt ausgezogen Ich hatte kein T-Shirt runter Warum trägt man Pullover und ein T-Shirt drunter Warum hat man überhaupt Ein Pullover Ich besitze sowas nicht Ich hatte sogar eine Jacke mit Im Vlog Das hat man doch gesehen Ich hatte sogar eine Jacke mit Ich musste die Jacke mittragen Ach da Du trägst inzwischen Ein Pulli Oh ich dachte Da wärst du ein Kind gewesen Nein Das ist gerade erst passiert Das ist gerade erst passiert Warum trägst du Pulli und ein T-Shirt drunter Oder so Pullover war weich Ach so weich Zum Kuscheln Ja Ist doch schön Im Heidepark bei Hitze Mit dem Pullover Das ist halt wie Mario In der Hitze Im Freizeitpark Mit Blau Oh Mann Das ist scheiße Wir mussten halt Aber Konsolik nicht anstehen Weil es war nichts los Es war offenbar zu warm Für die Leute Na immerhin Immerhin Aber gut liebe Leute Ich würde sagen Jeder hat zwei geile Heiße Level abgeliefert Aber ziemlich heiß Und es war soweit Die Expertenrunde Tschüss Und abschließende Worte Bis zum nächsten Mal Immer schön Immer schön cool bleiben Oh 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 Oh